Herzlich Willkommen auf Schloss Weinstein, das Kleinod im Rheintal, unweit des Dreiländerecks Schweiz-Österreich-Deutschland. Gilt seit 1375 als Ort kulinarischer Genüsse und rauschender Feste. Erbaut als Landsitz wohlhabender Patrizia-Familien, strahlt Schloss Weinstein auch heute noch Erhabenheit, gepaart mit ländlichem Idyll aus. Umgeben von saftigen Wiesen und romantischen Rebbergen, schweift der Blick des Besuchers von der Panoramaterrasse über das Rheintal, hinüber nach Vorarlberg, auf dessen stolze Alpenkulisse. Fernab des Alltags verwöhnt sich hier Friedrich Diener und seine Schlossgeister mit regionaler Kulinarik auf höchstem Niveau. Gemüse vom Rheintaler Bauern und Fleisch von Schweizer Erzeugern bilden die Grundlage der saisonal vielfältigen und frischen Küche von Schloss Weinstein. Auch bei den Weinen happern sich hier auf Rheintaler und europäische Gewächse verschrieben. Mit bis zu 60 Plätzen bietet die Schlosswirtschaft mit ihren historischen Holzbalken und den wechselnden Kunstausstellungen regionaler Künstler den perfekten Rahmen für ein genussvolles Essen mit Familie und Freunden. Mit Geschäftspartnern und allen, welche ein historisch gemütliches Ambiente schätzen und lieben. Festliches Ambiente für kleine wie auch große Gesellschaften bieten die verschiedenen Festsäle auf Schloss Weinstein. Für einen kleinen familiären Rahmen sorgt das Torkelstübli mit Blick auf den Sentis und den alten Weintorkel des Schlosses. Hier lässt es sich mit bis zu 20 Personen gediegen feiern. Ein Stockwerk höher befindet sich der wohl schönste Raum des ganzen Schlosses. Der nach dessen Erbauern benannte Schlapprizesaal. Unter barockem Stuck, polierten Messing-Kronleuchtern und den freigelegten Malereien der Fensternischen wird jeder Anlass zu einem rauschenden Fest. Mit 30 bis 100 Personen kann hier auf den Spuren der herrschaftlichen Schlossbesitzer in barocker Manier geschlemmt und getanzt werden. Mit ihrem ländlichen Charme bietet die Schlossscheune eine wunderbare Möglichkeit mit bis zu 120 Gästen in gelassener Atmosphäre unter den historischen Balken der alten Scheune zu feiern. Sehr beliebt bei den Braupaaren ist die Suite unter dem Dach für die Hochzeitsnacht. Nebenbei erwähnt auch für eine kleine Genussauszeit reservierbar. Zu guter Letzt finden Weinliebhaber im neu gestalteten Weinkeller den passenden Rahmen für kleine Aparos oder Weindegustationen. Nicht nur aufgrund dieses vielfältigen Raumangebotes wurde Schloss Weinstein im Jahr 2016 in der Rubrik Hochzeitslocation beim Swiss Location Award mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Es sind auch der herzliche Service, die persönliche Betreuung bei der Vorbereitungen Ihres Anlasses und die hochstehende Kulinarik. Herzlich Willkommen in Ihrem Genussschloss im St. Galler Rheintal. Herzlich Willkommen in Ihrem Genusschland. Herzlich Willkommen in Ihrem Genusschland. Untertitelung des ZDF, 2020